Liebe Leute, bevor ich das Video starte, mir ist bewusst, dass es einige unter euch gibt, denen das Video angeboten wird und die das Video gestern vielleicht gesehen haben und sich denken, leidet der Typ an einer multiplen Persönlichkeitsstörung. Nein, wie gestern schon angesprochen, dient dieses Video natürlich reinen Unterhaltungszwecken und soll in keinster Weise darauf abzählen, in irgendeiner Art und Weise den Mann fertig zu machen. Dementsprechend genießt das Video, viel Spaß, ich starte das Video in 3, 2, 1. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Schlafen. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, willkommen zu einem weiteren Video mit Qualitätscontent. Heute wirst du erfahren, wie du mit so einem Gratisgespräch von 30 Minuten mit Nadja Hafendörfer kommen kannst. Nice, Digga. Wir haben heute nicht unbedingt ein Video, das die Fashion-Szene auf den Kopf stellen wird, sondern eher ein Unterhaltungsvideo. Mir wurde etwas zugeschickt und zwar das Mahan-Trinkspiel. Das ist hiervon kein Konzept. Im Titel steht schon, dass es ein Trinkspiel ist. Das heißt, man kann sich ungefähr vorstellen, um was es da geht. Yeah, Jameister! Ich habe noch keine Ahnung, was mich erwartet. Was ich aber weiß, ich werde sicher nicht wie ein Opfer alleine trinken. Sondern ich habe mir gedacht, wenn es um Trinkspiele geht, dann wäre es gut, diesen Kanal auch ein bisschen eine weibliche Seite zuzuführen. Einen großen Applaus für meine Gegnerin, Lara Fiener. Hallo! Und wer bist du? Perfekt! So, liebe Freunde, wir starten mit dem Video. Lara Fiener, kannst du vielleicht wie so ein Boxen-Girl unsere Limonade präsentieren? Wir werden hier keinen Alkohol trinken. Wir sind natürlich Vorbilder. Wir haben ja natürlich Limonade vorbereitet. Wer jetzt auf die Idee kommt, dass wir jetzt einfach herkömmliche Schnäpse hergenommen haben, alle Etiketten heruntergenommen haben und alles abgeklebt und Limonade draufgeschrieben, damit dieses Video nicht entmonetarisiert wird. Definitiv nein! Wir sind vorbereitet. Ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Du hast sowieso keine Ahnung. Ich habe Angst. Weißt du, wer machen ist? Ähm, ein Fashion-Youtuber. Freunde, wir werden jetzt einfach mal rein starten. Wir werden, glaube ich, gleich die Spielregeln erklärt bekommen. Da stehen im Titel keine Megageil-Edition. Okay, weiß ich nicht. Wahrscheinlich bei jedem Fire-Ich-Pro würde ich genauso tragen, müssen wir dann vermutlich einen Shot, äh, einen Snippies trinken. Was wollte ich noch sagen? Ja! Wer verliert, muss nach diesem Spiel auf Instagram live gehen. Und ein Handstand-Tutorial für seine Community machen. Ein was? Ein Handstand-Tutorial. Ich kann nicht mal einen Handstand! Wer als erstes aufgibt? Du warst noch nie live? Verdammte Snippies! Der Bruder da hinten singt. Passt auch eigentlich zum Thema. Wir haben heute Ufo361. Bei wie viel ist denn rausgewerb? Passt auch eigentlich zum Thema. Weltpremiere. Ich bin auf jeden Fall ein Fan von Ufo. Ich feiere seine Musik mega. Okay, Prost! Was ist das schmecken? Erster geht unter die Öl. Seit seinem ersten Album, Glück ist am Start. So, Leute, wir haben jetzt hier Ufo361. Übrigens habe ich genau diese Szene parodiert. Hast du es gesehen? Ich glaube nicht. Ja, jetzt nochmal hier verlinkt. Das Mode-Ikone meiner Meinung nach. Ah, jetzt auch einmal. Das war nicht süß. Deutschrap. Das ist nochmal. Sochi ist einfach weiße Tennis-Ton. Die beste Öl. Geil. Amiri, okay. Geil. Wow. Fuck, wie oft hat er jetzt... Da stehen schon drei... Fuck. Ja, zweimal. Wir müssen zwei jetzt trinken. Trinken, was ich kann. Nein, trink jetzt einfach. Den ersten... Was liegt das? Krieg den ersten jetzt draußen. Prost. Diese Limonade... ist ja relativ süß, muss ich sagen. Also zwei. Ja, das ist ja. Prost. Boah, das sind die gruseligsten Limonaden. Wir sind jetzt bei drei. Soll ich den Kübel lieber zurücknehmen? Ich schreie dieses Schreifenkant einerseits. Das ist mega geil auch. Fuck. Mega geil. Prost. Mega geil. Nein. Wow. Wir müssen noch einen trinken. Ah ja. Wir haben... Wie viel haben wir jetzt? Hallo. Hallo. Die sind auch extrem drin. Diese Limonaden. Ich finde das mega geil mit dem Roten... Ist das sein Ernst? Na, den beliebt. Doch, den... Was liegt denn das Fisch? Prost. Der ist mit Abstand... der ekelhafteste. Wenn man rübsen muss, muss man rübsen. Das fühle ich nicht auf beim Roller. Mir ist nur schlecht, weil du immer so... Blablabla. Ja, du schaffst. Mega geil. Ist das sein Ernst? Er sagt immer mega geil. Okay, Prost. Ich probiere jetzt mal das. Aber ich probiere zwei auf einmal. Zwei auf einmal? Ja. Musst ja nicht. Ich... Ich freue mich schon, wenn du live gehst. Ich geh nicht live. Ich hab einen mehr als du. Geh sein Blödsinn. Seine Darin gestellt. Oh, ja. Ich hab meine Autoril. Ja, die Limonade. Sauermach lustig, sagt man. Kannst du dich noch das letzte Mal erinnern, wo es klappt? Limonadetrunken. Was da war? Nein. Nein. Ich steil dich. Das ist mega. Das ist eine Gemeinheit. Was ist denn mit ihm? Warum muss er das so oft sagen? Frag ihn das. Der schaut gerade zu. Servus, Maren. Grüß dich. Okay. Trink mal den. Nein. Ich trink dafür den Grausigen. Okay. Das stimmt nicht. Prost. Ich weiß gar nicht, auf wen ich angefressen bin. Auf mich, weil ich diese Idee hatte. Aber ja, du glaubst so mega geile Sachen. Du glaubst, gell. Mahlzeit. Prost, Mahlzeit. Was? Nein. Prost. Prost. Das steckt irgendwie nicht voraus. Aber spielst du schon was von der Limonade? Bitte nochmal. Was ist? Achso, das Limonade muss man lesen können. Ja, reinen wir mal die anderen Limonaden weg. Man könnte ein... Man könnte ein Trinkspiel bei diesem Video machen, wie oft wir Limonade sagen. Limonade, Limonade. Geil, Mann. Sie scheiden uns da richtig. Ich hab's nicht gehört. Prost. Boah, ich hasse das. Ja, die sind so... Cream-Limonade ist das. Hahahaha. Nein, das ist noch nicht keiner. Wir sind leer mit dem Limonadenbecher. Aber für diesen Fall haben wir Gott sei Dank vorgesorgt und noch eine zweite Packung Limonade besorgt. Limonade. Sehen wir mal kurz. 2, 4, 6. Ja, müssten 24 sein. Wahnsinn. Wie gibt's das? Das hab ich 6 erzählt. Okay, aber wir müssen noch einen trinken. Wird geil, Mann. Nein. Doch, wir müssen noch einen trinken. Ja, nein. Wir müssen noch mal den Grasigen. Nein. Bitte. Im Premiere haben die Packungen gehabt, wo nur die drin waren. Die Limonaden. Hallo. Hallo. Das hab ich nicht gemacht. Das wird schon mal Klassiker aus. Ich bin Tannend-Lady, oh. Hahahaha. Hahahaha. Haaaa. Hahahaha. Ah, nächstes. Hahahaha. Hahahaha. du nicht schlats auf mein das ist mein arbeitstisch das ist ja das ist halt auch arbeit kann es einfach nicht schlucken das wird schießen nicht so lecker ich will gar nicht weiter ein trinkspiel bei dir dementsprechend die gehen aber am besten noch die grünen limonade jetzt haben wir sagt jetzt schaut jetzt trinkt auch seine limonade wer ist das sonst warum glaubst du spielst schott im hintergrund urklug von dem der das gemacht hat weil es ein trinkspiel ist und weil ufo mit datalove dieses lied gemacht hat ah rufsgehen raus bruder geil scheiß bist du nepple du bist ja dumm mega geil wieso jetzt bin ich mutter Oh! Prost! Unfreindliche Gurken. Du, ich sag's dir, ich werd jetzt erst warm. Ja, ich hab ja auch gesagt, jetzt bin ich motiviert. Mega! Mega! Ja, er sagt zweimal Mega. Ja, aber warte. Nein, zu viele können wir nicht auf einmal. Drei müssen wir trinken. Er sagt Mega und dann sofort kommt nochmal Mega, geil. Los geht's. Drei Limonaden. Nein. Ich hab mal eine Prüfung an der Uni. Ja, ich hab mal einen Arzt. Man muss halt so wieder Limonaden trinken. Mein Arzt wird sagen, sie haben Diabetes. Kann man kurz warten? Nein! Ich hab ja nicht mehr lustig. Prost. Nicht so lecker. So, und den nächsten, geht's schon. Boah! Trink oder gib auf? Nicht mehr! Trink oder gib auf? Ich will nicht live gehen. Pech! Oh nein, da müssen wir noch. Ich tut schon meinen Finger weh vom Watt drehen. Und der soll ein Mann sein. Nein! Ah, bitte! Trink oder verliere. 24. Das war's. Ja, was ist? Du hast nicht gewonnen. Doch! Nein! Ich hab nicht verloren. Ja, dann spielen wir einfach nochmal von vorne. Schaffst du die drei? Ja! So, mega eins. Kein Problem. Hallo! Bleib da sitzen! Das ist nochmal. Socken ist einfach weiß. Geil. Ami, okay. Geil. Wow! Zweimal geil. Und damit wären wir am Ende. Und? Wir haben einfach 50 Klopfer Limonaden da unten. Okay. Es ist ein Unentschieden. Das heißt, liebe Lara, wir wären jetzt... Nein! So, Schere, Stein, Papier. Auf drei Gewonnenen. Ich kann nicht. Ich bin da so nervös bei sowas. Auf drei Gewonnenen. Wer verliert, macht den Hahn-Stump-Live-Tutorial auf Instagram. Jetzt. Fuck! No! Ja! Nein! Oh mein Gott, 2-0. Nein, nein! Jetzt kommt, jetzt kommt! Komm, schnell! No! Yes! No! Ein paar Sekunden später. Du bist jetzt live. Hallo, grüß Gott. Okay, ich kenne das mal. Oh mein Gott, geht's mehr? Encore? Hallo, herzlich willkommen zu diesem heutigen Live-Tutorial. Was ich euch heute beibringen werde, ist ein Handstand. Also, liebe Freunde. Wichtig ist, dass alle aufgewärmt sind, dass alle sportlich begeistert sind, und dass alle motiviert sind, heute einen Handstand, oder wie wir auf Englisch sagen, Handstand zu lernen. Ladies and Gentlemen, für all jene, die momentan eine Einschränkung im oberen Oberkörperbereich haben, würde ich raten, dieses Tutorial abzubrechen und am besten Limonale zu trinken. Gut, wir wollen gar nicht mehr länger Zeit verquatschen. Wir werden jetzt direkt ein paar Aufwärmübungen machen. In diesem Sinne, die Arme nach oben, jawohl, sehr gut, das funktioniert. Und dann nehmen wir die Arme nach oben, schauen, dass sich keine Obstacles, wie wir Profis im Parkour und Freerunning sagen, zum Weg stehen, die tun wir weg. Dann nehmen wir, je nachdem, das ist präferenzabhängig, entweder mit dem rechten Beinschwung nach oben, oder mit dem linken Beinschwung nach oben, stellen die Arme auf den Boden, ja, also circa schulterbreit, und machen dann den Handstand, ja, ich zeig's einmal vor, ich mach's dann auch. In 3, 2, 1, los! Fürs Erste gar nicht so schlecht, würde ich sagen, ja. Danke! Danke vielmals, ich hoffe, es hat euch zuhause weitergeholfen, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Tutorial, das niemals stattfinden wird. Das war's von mir, wo bricht man den Scheiß da an, euer Maximilian. Jo, jetzt beenden wir erst. Superprofessionell. Ja, es ist ja nicht aufgefallen, dass ich im Auto... Nein! Gar nicht! Liebe Freunde, wenn's euch gefallen hat, bitte Like und Daumen nach oben und unten. Lasst auf Larafina auf keinen Fall ein Abo auf Instagram da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir, und wir sehen uns beim nächsten Video, in dem hoffentlich nicht Limonade getrunken wird. Was sag ich dann immer? Das war's von mir, eure Larafina und eure Maximilian. Und dann sehen wir und hören wir uns. Bis bald!